Willkommen zurück Freunde zur zweiten Folge Brutal Legends. Ja, ich habe mehr oder weniger neu angefangen. Also klar, die erste Folge ist oben, das ist jetzt hier die zweite. Und der Grund, warum ich neu angefangen habe, war, dass ich durch meinen Puppel, den Herrn Darchecker, Skiller, ist mir aufgefallen, dass mein Sound doch ein bisschen abgefuckt ist. Und ja, deswegen, da das Ganze ein bisschen leise war und alles, habe ich jetzt ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt, habe Musik lauter gemacht, die Stimme kann ich immer noch verstellen und die Effekte, alles Mögliche. Ich habe vor allem aber an meinem Programm rumgespielt, in der Hoffnung, dass das besser wird. Und ja, ich hoffe jetzt eigentlich nur noch, dass man mich noch gut hört und das Spiel auch nicht zu leise ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Na ja, dann legen wir gerade mal hier los, spielen den Reliefjäger und sehen, was wir dadurch kriegen. Hey! Geil! Oh klar doch! Schau dich mal um! Der letzte Schliff. Der letzte Schliff. Ist das ein Minecart? Ich nenne es ein Druidplau. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Was machst du? Du schlägst es in die Gou-Hoo-Hoo-Hellooo? Es sieht, wie es schon funktioniert. Hm. Na ja, Freunde. Und los geht's. Dieser rollende Tempel ist ein Geschenk der Titanen, das nur von demjenigen zusammengebaut werden kann, die seiner würdig sind. Oh, das ist auch los geht's. Oh, das war knapp. Und los geht's. Haben wir's geschafft? Oh, knapp. Mist. What now? D-d-d-woah. Yep, she sure is. Okay, well done. Okay, now we wait for the door and then it's all okay. Oh, uh, sorry. Did you know those dudes? Ich hörte das mal als Ja. Nitro, wissen wir schon. Gees, calm your tits, monster. Handbremsel, kenn ich auch schon. Gibt's das, Miss Licky? Bleib das witzige Mussel in deinem Mund. Oh, hier geht sie wieder. Wenn wir hier wieder rauskommen. Oh, jetzt bin ich richtig. Das ist ein Appel. Okay, shut up already. Hahaha. Oh, yeah. Beim ersten Mal lief das nicht ganz so gleich. So. So, das Fischot glatt gemacht. Wir haben ein geiles Auto und noch besser Musik. Und wir verfehlen's. Oh, nein. Oh, nein. Wir haben schon. Haha. Auch wenn's knapp war. Haha. You'll never French kiss again. What's French kissing? Uh, it's, uh... The, uh, gates open. What? Oh. The gate. What's that? I couldn't hear you. It's like you got a... Lisp or something. Over here, you foul and rotten run. Come and fight! And I'm a... Put my blade on your... Put your entrails! So, und hier noch wieder was wir vorher schon mal gelernt haben, ne? Motoren. And I'm a... Put my blade on your... I'm a... Was kam durch das Aftermath und so...? Machen wir das gleiche noch mal... Was 위cker! Machen wir das gleiche doch vielleicht nochmal! Gott, ich liebe den Humor von diesen progressionen! Aber ich glaube, das Viech hat da ein bisschen was dagegen. Äh, ey. Mann, ey, was soll das? Wie kommen unsere Helden da neben wieder raus? Werden sie es schaffen? Gibt es eine Möglichkeit? Aber natürlich schaffen sie es. So, und jetzt, Freunde. So, und jetzt, meine Frau. Die Brücke ist nach uns. Nichts, wir werden viel vor der... Ah, schade, die Brücke ist wirklich verlassen. Nur ein bisschen Speedbump. Ein ruhiger Seilung von hier an raus. Schau mal für die Höhle auf der links. Ich werde nicht in da rein gehen. Was, du denkst, ich bin dumm? Da, 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 nicht hängen. Ha, 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 ha. Du siehst das? Mann, die Dinge sind dumm. Take the right side. I was gonna do that. So, boss? Ja, ich bin doch rechts. Keine Frage. Hey, check out the coolest clips. Eyes on the road. Uh oh. The side, the side! Oh, recht hat er schon. Der Himmel sieht geil aus. Leckt mich nicht ab, hier, Leute. Aber schau dir mal diesen geilen Himmel an. Fette Sonnenfinster und sonst was. Geil, und jetzt ist es auch mal an weg. Patz mich an. Ich hab's ja nicht richtig gesehen. Hell yeah! Gott, damit muss ich aufhören. Du magst das Auto? Ja! Ich kann nicht warte, um es zu Lars zu zeigen. F***ing A! Sorry, Bro. Life's a bitch. Ja, Mann. Tod und Vernichtung. So mögen wir das. Was bist du verändernd? Was bist du verändernd? Was bist du verändernd? Was bist du verändernd? Coriara. Ich kann sie blühen. Du fischst. Der Schmerz der Schmerz ist auf uns. Aber warum hat sie jetzt zurückgekehrt? Was will sie? Was will sie? Endlich. Wo ist denn deine Augen, Alter? Wo ist deine Nase? Viel wichtiger. We should keep moving. We'll be safe in Bladehenge. Here, take this map. Eine sehr vollständige Karte mal wieder. Aber gut, es ist wieder unser Job, diese Karte zu ververständigen. What's in Bladehenge? Bladehenge is the center of the human resistance movement. Aha! Army headquarters, huh? Well, right now the army is just Lars, his sister and me. What? Come on. Lars is a great leader. Truly inspirational. But we've... And mittendrin. Mal wieder ab ins Licht. Folge dem Richtungsanzeigen zum Licht der Metalgötter. Erscheint immer auf deine aktuelle Mission. No shit, Sherlock. An army needs food, shelter, transportation. So many details to manage. Sounds like what you need is a roadie. What's a roadie? Ah, it's a long story. How about when we get to town, we have a big powwow with your whole army. We'll have a campfire and I'll tell you all about what I do and where I came from over a big flag and a mead. What's a flag and a mead? It's a drink. Aren't we in medieval times? I, uh... We only have beer. But you can have as many kegs as you want. To Bladehenge! Let's go to Bladehenge! Right! We! We! But... Where are you? Ophelia? What demon have you allowed to follow you home this time? Oh, hello. Don't mind me, Ophelia. She's Lars' little sister. A little high-strung. Lars! Oh, we'll learn Lars' kennen. Where is he? Huh? How is he coming up? Much more, how is he coming down again? Questions over questions. So let me get this straight. These performers, they don't even have to tune their own instruments? Nah, that's our job. The roadies. The Rockstar's job is just to deliver the audience to the promised land of rock. Fascinating. Um, can we get back to the part where you are summoned here from another world? Oh yeah, by this little guy here. You were brought here by Ormah Godin? The eternal fire beast? The cremator of the sky. Destroyer of the ancient world. Yeah, I accidentally got a little blood in its mouth and it totally went nuts on me. Hmm. There are those who speak of the day when Ormah Godin the fire beast shall bring a warrior into this world. To destroy us. To deliver us. There is some dispute about the translation. But having met you, I can tell that you are here to help us. To lead us. To wage war against the demons. To liberate humanity. Hell yeah! I mean, hold on a second. I don't know anything about waging war. But, uh, I'll tell you what I do know. I know from meeting you, Lars, that you are the true leader here, not me. What I know is how to put a crew together and how to keep it organized and how to take it on the road. That, my friend, is exactly what we need. But, uh, I'm sure you must be longing to return to your homeland. I know. I know. I know. I know. But, uh, I'm sure you are the three people who have taken away most of our young men to tolo in his mines. And he's taken our women to serve as slaves in his decadent pleasure tower. Well, let's go get them back. Nein, du sollst nicht nach Lion White wieder gehen. Du war schon fast verletzt, letzte Mal. Kompromise. Wir holen die Leute zuerst und dann können sie uns helfen, die Frauen zu holen. Aber... Zeit für die Chains! Ich zeige euch die Minden, aber ich glaube, dass du diese Chains findest, sehr schwer zu lösen. Das war ganz so der Look. Bitch, please! Tabulatoren-Tafeln haben wir ja schon kennengelernt. Hier drüben... Dort lernen wir Solos. Oh man, das wird ein bisschen Spaß nehmen. Und nun können wir unseren Teufel herbeirufen. Unseren Bruidenpflug. Das heißt, wir sind immer mobil. Ich kann nicht erwarten, das zu versuchen. Direkt eine neue Cutscene? Voll dumm. Ähm... So, dann würde ich gleich mal sagen, hier von Anfang an möchte ich eine Sache klar machen. So. Ich denke, ich sollte dir einen neuen Paint-Shop bekommen. Äh, wie ihr mitbekommt, wir haben noch keine Musik, was heißt, wir müssen uns unser Radio noch holen. Ich glaube, wir machen uns jetzt gleich hier zu Anfang. Allerdings möchte ich davor noch eine Sache klarstellen, und zwar erstens... Es gibt in dieser Welt sehr viele Collectibles, äh, Zeug, was man sich besorgen und holen kann. Wie die Drachen, die man befreien kann und so. Ich zeig die euch gleich mal kurz. Ähm... Ja, davon gibt's sehr viele, also von diesen Drachen, die man befreien kann, sind es 120. Von den... ...Spark-Block-Jumps, die ich euch noch zeigen werde, gibt's, ich glaube... ...30? 24? Irgendwas in dem Bereich. Zwischen 20 und 30 gibt's. So, von den kleinen Kollegen hier gibt's 120. Insgesamt. Von dem, wenn wir 10 davon aktivieren, kriegen wir eine Art, ja, Geschenk... ...von Orma Godin. Also, erhöhte Regeneration der Gesundheit oder höhere Gesundheit überhaupt. Was gibt's noch, äh, dass wir schneller fliegen später und dass wir... ...das Einheiten um uns rum... ...geheilt werden, sag ich mal. So, jetzt ist der Punkt. Soll ich das eher Offscreen machen? Soll ich überhaupt alle sammeln? Also wollt ihr sehen, wie ich, äh, versuche alle zu finden und alle zu sammeln? Dann habt ihr da keinen Bock drauf, durchgängig nur zu sehen, wie ich durch die Gegenteilze, äh, hier und da mal eine Nebenquest mache und... ...die scheiß, äh, wirklich die scheiß Drachenstatuen suche. Aber hier dieses Bockblock-Jub zu machen, die zeige ich euch grad mal, wenn ich grad schon hier bin. Also es gibt hier wirklich einiges an Collectibles und... ...Zeug. Und ich verfehle halt, weil ich das mache volle Möhren. Ja, es gibt einiges zum Sammeln, einiges zum Suchen, äh, vor allem diese Drachenstatuen, die kommen am Anfang jetzt wirklich schnell und... ...viele hintereinander. Und ich sehe es jetzt schon kommen, dass, äh, ich mir von Leuten anhören darf, dass ich schlimmer fahre als Sarah sah. ...was ich als persönliche Beleidigung auffasse. Hahaha. Nein, aber, ähm, es ist sehr viel von dem rumfahren, wenn ich wirklich alle Drachenstatuen suche, ist es wirklich sehr viel rumfahren, aussteigen, das hier machen. Okay, nochmal mal. Und dies und jenes, und es ist sehr, es zieht sich sehr, sag ich mal. So, hier ist auch nochmal ein Drache, das weiß ich. Also ich mache das jetzt extra, um euch halt mal zu zeigen, ja, wie das in etwa ablaufen würde, während des Let's Plays. So, zack, neues. Und was es auch noch gibt, die zeige ich euch aber alle, also wie ich sie finde, zeige ich euch alle, das sind hier so Aussichtsplattformen. Und dann kannst du dir verschiedene Monumente in der Welt angucken, das ist einfach geil gemacht. So, davon zeige ich euch auf jeden Fall alle, nur die Frage ist halt wirklich, wollt ihr zuschauen? Wenn ich die ganzen, äh, Drachen, Schlangen, Winger suche und sammle, wollt ihr da zuschauen? Wollt ihr da dabei sein? Soll ich das Offscreen machen? Und immer nur, was weiß ich, bei jeder zehnten Mal, wenn ich eine Find suchen, soll ich das hier Offscreen machen? Weil immer an diesen Blumen können wir unseren Reliktjäger spielen. Und so finden wir in der ganzen Welt verschiedene Songs, die an unserem Radio hinzugefügt werden. Was wir einfach nicht haben, das kriegen wir in der nächsten Folge, da geh ich dann zu Hüter des Metal, von dem ich dann mein Radio bekomme. So schaut's aus. Tja, also, es ist halt grad die Frage, soll ich das im LP machen, alles zeigen, was ich mache? Soll ich es bleiben lassen? Soll ich nur Wichtigeres zeigen? Soll ich es akoplett lassen? Oder irgendwie, ja, naja, Sammelparts werde ich nicht machen. Also so extra Parts, wo ich das Zeug nur sammle, werde ich nicht machen, weil es sich wirklich hinzieht und da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Deswegen würde ich jetzt bevorzugen, es entweder im LP zu machen, also alles zu suchen. Oder halt einfach nur zu denne zu gehen, die ich unterwegs finde oder die ich sicher weiß, wo sie sind. Oder halt es bleiben lassen und sie ignorieren, was das Ganze wieder ein bisschen schwerer machen würde. So, Line Wilde, kann ich erstmal weg. So. Da wir noch keinen neuen Kopf haben, können wir erstmal nur Eddie entpacken, aber das ist ja okay. Eddie ist cool, Mann. Äh, Schlange. Schlange. So, bald. So, und das war's eigentlich so. Jetzt haben wir eigentlich nur noch die Schlange da unten zu befreien, diesen Drachen da. Das Viech da durch die Gegend zu klicken. Ja, das ist ganz lustig, das mag ich im Gehen. Du kannst eigentlich fast jedes Tier reiten, das ist voll geil. So, dann würde ich fast mal sagen, Freunde, ich verabschiede mich an dieser Stelle hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, die Soundqualität ist jetzt besser als vorher. Danke nochmal an der Checker, dass er mich mehr oder weniger darauf hingewiesen hat. Eigentlich hat er nur gefragt, ob ich den Sound lauter machen kann. Worauf, wenn ich mir die Folge eigentlich nochmal angeguckt habe. Wo mir dann aufgefallen ist, hey, scheiße. Deine Stimme ist okay, deine Stimme ist laut, aber das Game hörst du so gut wie gar nicht. Und ja, deswegen habe ich halt gesagt, komm, mach das komplett neu. Weil es jetzt keinen großen Unterschied macht. Ich war nur bei 12 Parts oder so. Aber egal, egal. Ich habe einen Fehler gemacht und ich habe ihn ausgemerzt. Hoffe ich doch mal. Auf jeden Fall, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann den Hüter des Metal besuchen und eventuell schon runtergehen, die jungen Männer zu befreien. Aus Lionwhites Clown. Und ja, das wird sich alles noch so ergeben. Und wie gesagt, lasst mich wissen, wie es ausschaut, wie ihr das haben wollt mit den Drachen und dem allgemeinen Sammeln. Ob ihr das überhaupt wollt. Oder halt nebenbei so oder einfach mal so, während ich so Nebenquests mache. Ob ich dann überhaupt später Nebenquests machen soll. Auch übrigens Nebenquests kann ich schon welche machen. Ich glaube nämlich nicht. Aber ich kann in der nächsten Folge hier mal kurz rüber gehen und gucken, ob ich schon die Ruf der Wildnis Nebenquests machen kann. Das wäre cool. Auf jeden Fall, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Stay frosty, stay awesome. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Wähl ich aus.